Der Exponentialansatz eignet sich für gewöhnliche Differenzialgleichungen beliebiger Ordnung mit konstanten Koeffizienten, die außerdem linear sind. Natürlich wird die Methode für höhere Ordnungen schnell komplex. Am besten ist diese Methode geeignet für Differenzialgleichungen zweiter Ordnung. Die allgemeine Form einer linearen Differenzialgleichung zweiter Ordnung sieht so aus. y' plus k1 y' plus k0 y ist gleich s. Hierbei nehmen wir an, dass die Koeffizienten k1 und k0 sowie die Störfunktion s unabhängig von x sind, also konstant sind. Wenn die Störfunktion nicht 0 ist, dann musst du zuerst einen Mathematiker fragen. Dann sagt er dir, dass eine allgemeine Lösung y einer inhomogenen linearen DGL sich aus zwei Anteilen zusammensetzt, aus einer homogenen Lösung yh und aus einer speziellen Lösung, die wir mit ys bezeichnen. Also y ist gleich yh plus ys. Die homogene Lösung yh löst die DGL, wenn du die Störfunktion s gleich 0 setzt. Bei der Methode, wie der Name schon sagt, machen wir einen Exponentialansatz für die homogene Lösung yh ist gleich c mal e hoch lambda x. Da in der allgemeinen Form der homogenen DGL die erste und die zweite Ableitung von yh vorkommen, müssen wir unseren Exponentialansatz zweimal ableiten. Die erste Ableitung ist c mal lambda mal e hoch lambda x und die zweite Ableitung ist c mal lambda quadrat mal e hoch lambda x. Jetzt können wir den Exponentialansatz und die dazugehörigen Ableitungen in die homogene DGL einsetzen. Klammern wir c mal e hoch lambda x aus. Wenn wir durch den Faktor c mal e hoch lambda x teilen, dann bekommen wir die sogenannte charakteristische Gleichung für lambda. Wenn wir diese Gleichung lösen, dann finden wir das unbekannte lambda heraus. Da es eine quadratische Gleichung für lambda ist, bekommen wir zwei Lösungen, lambda 1 und lambda 2. Beide müssen wir berücksichtigen. Im Grunde kannst du die charakteristische Gleichung direkt durch das Angucken deiner DGL aufstellen, ohne diese ganzen Schritte machen zu müssen. Vergleiche dazu die homogene DGL mit der charakteristischen Gleichung. Der Koeffizient vor dem lambda Quadrat steht vor der zweiten Ableitung von y. In diesem Fall der Koeffizient ist 1. Der Koeffizient von lambda steht vor der ersten Ableitung von y. In diesem Fall ist der K1. Und der Koeffizient K0 vor der Funktion y selbst steht in der charakteristischen Gleichung allein da. Auf diese Weise kannst du die charakteristische Gleichung aufstellen. Wenn du übrigens eine homogene DGL dritter Ordnung hättest, dann würde die charakteristische Gleichung bei lambda hoch 3 anfangen und für die DGL vierte Ordnung dann bei lambda hoch 4 und so weiter. Eine quadratische Gleichung hat wie gesagt zwei Lösungen, lambda 1 und lambda 2. Und diese kannst du beispielsweise mit Hilfe der pq-Formel bestimmen. Da du zwei Lambda-Werte bekommst, müssen wir beide berücksichtigen. Dazu musst du den Exponentialansatz um einen weiteren Term erweitern, in dem der zweite Lambda-Wert im Exponenten steht. Und schon hast du die allgemeine Lösung der homogenen Differenzialgleichung zweiter Ordnung. Je nachdem, welche Werte die Koeffizienten K1 und K0 haben, können die Lösungen ein unterschiedliches Verhalten zeigen. Denn wenn K0 größer ist als K1² durch 4, dann ziehst du die Wurzel aus einer negativen Zahl. In diesem Fall bekommst du eine Lösung, die Schwingungen beschreibt. Das zeige ich dir aber gleich an einem Beispiel. Wenn die zu lösende DGL dagegen inhomogen ist, also die Störfunktion nicht Null ist, dann müssen wir noch die spezielle Lösung zur homogenen Lösung hinzuaddieren, um eine allgemeine Lösung herauszufinden. Für die spezielle Lösung müssen wir einen passenden Ansatz wählen, der davon abhängt, wie die Störfunktion S ist. Hier schauen wir uns den einfachsten möglichen Fall an, nämlich wenn die Störfunktion S konstant ist. Dann ist die spezielle Lösung gegeben durch Störfunktion geteilt durch den Koeffizienten K0, der vor der gesuchten Funktion steht. Um nun eine allgemeine Lösung einer inhomogenen DGL zweiter Ordnung zu bekommen, müssen wir die homogene Lösung und die spezielle Lösung zusammenaddieren. Die beiden unbekannten Konstanten C1 und C2 werden, wie du weißt, durch die Nebenbedingungen bestimmt. Beachte außerdem, dass diese Methode des Exponentialansatzes eine Rate-Methode ist. Es kann auch passieren, dass der Exponentialansatz scheitert. Deshalb solltest du, wenn du eine Lösungsmethode anwendest, die das Wort Ansatz in ihrem Namen trägt, deine Lösung auf jeden Fall überprüfen. Das machst du, indem du die herausgefundene Lösung in die DGL einsetzt und schaust, ob beide Seiten gleich sind. Machen wir ein Beispiel. Erinnerst du dich noch an die Differenzialgleichung für die schwingende Masse? Das ist eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Die Störfunktion ist hier 0. Das heißt, wir müssen nur die homogene Lösung herausfinden. Und das machen wir mit dem eben kennengelernten Exponentialansatz. Gehen wir den schnellen Weg und schreiben direkt die charakteristische Gleichung für diese DGL hin. Wir erwarten eine quadratische Gleichung, da wir eine DGL zweiter Ordnung haben. Vor der zweiten Ableitung steht der Koeffizient 1, also schreiben wir einfach Lambda-Quadrat hin. Dann kommt der Koeffizient vor der ersten Ableitung. Da in der DGL die erste Ableitung fehlt, ist der Lambda-Term in der charakteristischen Gleichung ebenfalls nicht da. Anschließend kommt der Koeffizient, der vor der gesuchten Funktion selbst steht, nämlich D durch M. Dieser Koeffizient steht in der charakteristischen Gleichung allein da. Insgesamt lautet die charakteristische Gleichung Lambda-Quadrat plus D durch M ist gleich 0. Für diese Gleichung brauchen wir nicht mal die PQ-Formel. Die Lösung bekommen wir direkt, wenn wir zuerst D durch M auf die andere Seite bringen und dann noch die Wurzel ziehen. Bedenke, dass die Umkehrung des Quadrats zwei Lösungen ergibt, eine positive und eine negative Wurzel. Außerdem haben wir hier einen interessanten Fall, wo die Wurzel aus einer negativen Zahl gezogen wird. Wurzel aus einer negativen Zahl ergibt keine reelle Zahl mehr, sondern eine imaginäre Zahl. Erinnerst du dich noch daran, was das für das betrachtete System bedeutet? Wir erwarten, dass das System schwingen muss. Auch wenn du dich noch nicht mit imaginären oder komplexen Zahlen auskennst, du kannst in diesem Fall den Term unter der Wurzel in ein Produkt aus minus 1 und D durch M aufteilen. Nach den Wurzelgesetzen kannst du dieses Produkt weiter in zwei Wurzeln aufspalten. Die Wurzel aus minus 1 ist definiert als die imaginäre Einheit, eine Zahl die wir mit i bezeichnen. Mehr zu den imaginären Zahlen musst du nicht wissen. Lass uns am besten den Ausdruck Wurzel aus D durch M etwas kompakter mit Omega bezeichnen. Setzen wir nur noch die herausgefundenen Lambda-Werte in den Exponentialansatz ein, dann bekommen wir die allgemeine Lösung für die betrachtete DGL. Diese Lösung sieht auf den ersten Blick sehr abstrakt aus. Aber gleich wirst du lernen, dass eine derartige Lösung Schwingungen beschreibt. Doch lass uns als erstes die unbekannten Konstanten C1 und C2 mithilfe von zwei Anfangsbedingungen herausfinden. Zum Beispiel könnten wir beobachtet haben, dass zum Zeitpunkt t gleich 0 die Auslenkung der Feder maximal war. Wir können dann beispielsweise die maximale Auslenkung auf den Wert 1 setzen. Die Anfangsbedingung lautet also y von 0 ist gleich 1. Füge diese Bedingung in die allgemeine Lösung ein, um C1 zu bestimmen. Die Exponentialfunktionen werden dabei zu 1. Umstellen nach C1 ergibt C1 ist gleich 1 minus C2. Als nächstes müssen wir die unbekannte C2 bestimmen. Hier können wir beispielsweise die Anfangsbedingung benutzen, dass zum gleichen Zeitpunkt t gleich 0 die Geschwindigkeit der Masse 0 war. In der Physik lernst du, dass die Geschwindigkeit der ersten Zeitableitung des Wegs, also in diesem Fall der Auslenkung entspricht. Unsere zweite Anfangsbedingung lautet also y' zum Zeitpunkt 0 ist gleich 0. Damit wir diese Anfangsbedingung überhaupt benutzen können, müssen wir unsere allgemeine Lösung einmal nach der Zeit ableiten. Der Faktor vor dem t im Exponenten landet beim Ableiten vor der Exponentialfunktion. Jetzt können wir unsere Anfangsbedingung für die Ableitung benutzen. Dabei werden die Exponentialfunktionen zu 1 und die Faktoren i Omega kürzen sich weg. Umstellen nach C2 ergibt C2 ist gleich C1. Wir wissen jetzt also, dass C2 gleich C1 sein muss. Sehr schön. Um konkret C1 zu bestimmen, ersetzen wir in C1 gleich 1 – C2 die Konstante C2 mit C1, da sie ja gleich sind. Wir haben also C1 ist gleich 1 – C1. Umstellen nach C1 ergibt C1 ist gleich 1 halb. Setzen wir diese Konstante in die allgemeine Lösung ein. So weit, so gut. Lass uns jetzt herausfinden, was diese Lösung mit Schwingungen zu tun hat. Dazu holen wir unseren Freund Euler zu Hilfe. Dieser wird uns seine berühmte Euler-Formel verraten. e hoch i Omega t ist gleich Cosinus Omega t plus i Sinus Omega t. Diese Beziehung sagt uns, wie eine komplexe Exponentialfunktion E hoch i Omega t mit Cosinus und Sinus zusammenhängt. Damit können wir nämlich unsere Lösung etwas umschreiben. Die erste Exponentialfunktion in der Lösung wird nach der Euler-Formel zu Cosinus und Sinus mit positiven Omega t. Und die zweite Exponentialfunktion wird zu Cosinus und Sinus mit negativen Omega t. Das Minuszeichen im Argument von Cosinus können wir weglassen, weil Cosinus symmetrisch ist. Symmetrisch bedeutet, dass Cosinus von minus x gleich Cosinus von x ist. Die Sinusfunktion dagegen ist antisymmetrisch. Deshalb dürfen wir das Minuszeichen im Argument nicht weglassen. Aber wir dürfen das Minuszeichen vor die Sinusfunktion ziehen. Das ist nämlich die Eigenschaft antisymmetrischer Funktionen. Jetzt siehst du, warum diese Umformung sinnvoll war. Jetzt kürzen sich nämlich die beiden komplexen Sinusfunktionen weg und mit ihnen verschwindet auch die imaginäre Einheit. Übrig bleiben die reellen Cosinusfunktionen, die wir zusammenaddieren können. Wie du siehst, die Auslenkung der Masse an der Feder wird durch die Cosinusfunktion beschrieben. Da Cosinus eine periodische Funktion ist, beschreibt unsere Lösung eine Schwingung.